Hallo liebe Freunde, am Sonntag ist Bundestagswahl. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet und dann heißt es aufstehen und mitmachen bei der Demokratie, sonst findet die Zukunft ohne euch statt. Und wer nicht wählen geht, der hat nachher auch kein Recht zu motzen. Deshalb aufstehen, wählen gehen, zwei Kreuze bei der CDU. Ich freue mich, wenn ihr das macht. Eure Julia.